Hallo meine lieben DigiRitte, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. In der letzten Folge mussten wir ja am Ende noch mit Mireille reden und dann sollten wir jetzt hier in den Gemeinschaftsbereich und zwar mit den beiden hier offenbar reden. Du glaubst gar nicht was passiert ist. Meine Freundin wurde ihre Bankkonto-ID gestohlen. Das ist ja schlimm. War es ein Virus? Das glaube ich nicht. Sie war auf dem Rückweg von irgendeinem Event, als sie gemerkt hat, dass sie gestohlen worden war. Wie seltsam. Ich bin's. Hast du gerade Zeit? Es ist ein Fall von Yugo reingekommen, aber Chitos und ich haben schon anderweitig zu tun. Es ist ein größerer Auftrag, aber du schaffst das schon. Schau mal auf die Anschlagstafel. Okay, dann müssen wir jetzt zur Anschlagstafel. Aber an die kommen wir ja nur über unseren Computer ran. Deswegen müssen wir uns erstmal ausloggen. Und uns zurück nach Ikebukuro, oder? Ikebukuro begeben, ja. Da hinten hat noch was geglitzert. Kupimum-Medaille. So, dann rein ins Hoodie-Café. Und ran an den Computer. Später heute um 18 Uhr kommt die Nintendo... äh, kommt der Nintendo-Livestream von der E3. Und da freue ich mich schon richtig drauf, was da noch als angekündigt wurde. Mhm. Sandmann macht Ärger in Eden. Die brauchen einen Dämpfer. Hilf, außerdem Hoodie. Okay. Yugo hat... Könnte im Saxon-Forum sein. Ich geh mal und bitte um Details. Ups. So, dann auf ins Saxon-Forum. Da vorne steht er schon. Und wir könnten in dieser Folge einen von den beiden weiterentwickeln, hoffentlich. Ja, ich warte mal. Na, ich kenne mal. Also ich hab davon noch nicht gehört. Ich glaube, es ist ein paar User zu verabschieden. Sie sind nicht ohnehin die Gelegenheit. Sie sind nicht in der Zeit, die sich in der Zeitung zu verabschieden. Ich denke, das ist ein奇妙. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema, dass die Angelegenheit von Eden aus dem Angriff der Angelegenheit verabschieden. Ich denke, das ist ein Thema. Das war's für mich. Da stimme ich völlig zu. So was können wir nicht tolerieren. So jetzt soll man rumfragen ob jemand weiß wo Faye ist. Sie hat ein paar Leute mitgenommen um nach dem Versteck der Gegner zu suchen. Sie hätte mich mitnehmen sollen. Ja das war nicht hilfreich. Ah da haben wir ja noch jemanden. Jemand hat erwähnt, dass sie gerade zur Ebene 1 in Unterkaulung gegangen ist. Faye scheint ein paar Leute zur Ebene 1 in Unterkaulung gebracht zu haben. Ich treffe mich mit Faye auf Ebene 1 in Unterkaulung. Dann machen wir das doch. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier ist offenbar niemand, also werden die weiter hinten sein. Ah, 200% für beide. Und wir haben Level 2 für Mega-Citramon. Stimmt ja, den habe ich ja in der letzten Folge erst entwickelt. Der ist noch nicht besonders weit. Ah, da vorne stehen doch eben Leute, die vielleicht was wissen. Hey, nein, aufhören. Arrgh! Diese Saxon-Hacker stieren und brabbeln vor sich hin. Was soll ich tun? Sie aus ihrer Trance holen. Ich muss jetzt was unternehmen. Was? Wo war ich gerade? Ich habe mir das Gefühl, dass ich ein kleines Schmerzen gesehen habe. Das ist vielleicht... Nein, haben wir nicht. Das ist doch noch nicht Auf jeden Fall helfen wir. Auf jeden Fall. Dann sollten wir uns wohl dahin begeben. Okay. Wir erledigen das. Sandmannversteck. Nein, da können wir nichts machen. So. Weil wir dafür halt noch Level-Ups benötigen. Wir können ja kein Digimon digitieren lassen. sonst noch nicht die Requirements erfüllt hat. Aber so können wir Mega-Z-Rammer noch ein bisschen leveln. Hier ist nichts, also müssen wir mal gucken. Da ist auch nichts, da kommen wir auch nicht hin. Also müssen wir nach rechts. Und dann haben wir Level 6 für Mega-Z-Rammer. So. So. Level 8. Und wir haben 100% Drachmon abgeschlossen. Nice. Level 26 für Greymon. Wir kommen Metall-Greymon immer näher. Aber ich will mir erstmal hier jetzt noch das Item holen. Farmerweiterungs-Plugin. Nice. Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich hier hin. Hä? Kommen wir da zwar nicht hin? Dann müssen wir hier. Offensichtlich. Kommen wir hier hin. Kommen wir hier hin. Was ist das? Das ist das Kupfer. Das ist das Kupfer. Nämlich. Das war's. Das ist das Kupfer. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, es wird einen Dominanzkampf geben. Sie sind mit einer anderen Seite. So, das ist ein ein Kuss. Sie sind die Kuss, aber es ist eine Kuss. Sie sind die DREAMers. Sie sind die Situation? Ich bin ein ganzes Wettbewerb, aber ich bin ein ganzes Wettbewerb. Was passiert? Oh, okay. Sie verhält sich seltsam. Genau wie die Hacker vorhin, ja. Oh, okay. Was wird das jetzt? Ich vermute mal, wir befinden uns immer noch in dem Traum. Definitiv der Traum. Du bist nicht Erika. Du bist nicht Erika. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletze, was ich nicht verletze, was ich nicht verletze, was ich nicht verletze. Das ist das, was ich. Geh, das ist das, das Dramatische Dramatische Dramatische. Hallo, hat sich die Augen schlossen? Das war das Problem. Was ist das? Das ist das, was hier? Das ist, was du, Herr Aisit. Aber du hast du überrascht. Ich bin schon sehr gut ausgewählt. Ich habe mich schon überrascht. Ich habe mich auch auf den Beinemann. Ich bin... Ich bin Yu... Ich bin Yu... Ich bin Yu... Ich bin Yu... Ich bin... Ich bin der Traum-Dream-Leader. Ich bin hier auch bei euch. Ich bin die Schwachsäge von Rokhäuern in der Rokhäuern, und ich will es hier für mich. Ah, wen haben wir da? Ein Phantom-Mon. Das war ich, und ich hatte keine Ahnung. Das war ein Dramatzer. Das war auch noch. Das war ein Dramatzer, ich habe. Ich habe nicht nur Dramatzer, das war. Das ist ein Dramatzer. Ne, wir versohlen dir den Hintern. Kampf beginnen, Siegesbedingungen 30 Punkte, wie immer. So, ich hole mir direkt zum Beginn die 5 Punkte. So, sie kommt dann. So, sie kommt dann zu mir. Sie hat aber nur einen Phantom-Mon, das sollte ja machbar sein. Okay, es hält schon was aus. Aber sie wird zurückgestoßen, weil sie ja nicht gegen uns gewinnen konnte. Na, jetzt kommt der auch noch zu uns. Okay. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Das war's für heute. Im Grunde ist es egal, ob wir da gewinnen oder nicht, solange wir die Stellung halten können. Das war's für heute. So, jetzt geben wir ihr den Rest. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Punkte hier. Der macht nur so wenig Schaden. Verdammt. Das war's für heute. So, dann haben wir gewonnen. Level 27 für Greymon und Level 14 für Megacidramon. Und Level 29 für Ex-Wmon. Läuft doch super. Und wir haben ja gewonnen. Das war's für heute. Das war's für heute. Also wenn ich weiß, dass die Mon den freien Willen haben. Das war's für heute. 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 Sie haben viele Menschen gegründet, und sie haben hier gegründet. Das ist ein Problem, dass sie die Verletzungen verletzten. Die Drei-Ming-Sie ist nicht nur ein Teil der Eden, dass sie die Verletzungen der Eden verletzten. Es ist nicht egal, dass sie es als Mensch, als Digimon. Es ist nicht egal, dass sie die Verletzungen der Eden verletzten. So, die Quests haben erledigt. So, dann würde ich sagen, okay, Schluss machen kann ich eh nicht jetzt an der Stelle, weil ich ja erst mal abspeichern muss, leider. Ich frage mich, wer dieses Jahr wohl gewinnt. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Du könntest mal mehr Begeisterung an den Tag legen. Die ganze Schule ist gespannt. Ist ja nicht, dass es mich nicht interessiert. Die Maßstäbe sind nur nicht besonders hoch. Erik hat solche Programme schon in der Grundschule geschrieben. Hmph, du weißt doch, dass sie außergewöhnlich ist. Was ist denn mit euch beiden los? Ich bin früher auf die Noten High School gegangen. So, dann kann ich jetzt abspeichern und dann würde ich sagen, war es das dann von der Folge. Ich hoffe, es hat euch nicht mehr gefallen. Wenn ja, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schaut wie immer gerne bei meiner Partnerseite GameLaden vorbei, wenn ihr günstig an Spiele rankommen wollt. Und ja, Patreon könnt ihr auch mal abchecken, wenn ihr wollt. Die sozialen Medien natürlich auch immer gerne. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.